Nils, du musst hier hochgucken. Nils, du musst hier hochgucken. Nils, Nr. 1. Puh, schön, klasse. Vorsichtig, 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 Vorsichtig. Die hauen ab, oh mein Gott, umso besser. Die kommen wir zu uns? Ja, fahrt hier rüber und macht sich von oben kaputt, wenn es geht. Okay, Oling, ich komm zu dir rüber, Nils. Dann schön reinschießen. Sie bitte? Auch hier rüber, bitte zu mir. Okay. Ich guck mal noch und guck mal, was in unsere Augen macht. Also bitte nicht hier rüber gucken. Das ist Selbstmord. Die fahren mit sechs Scouts nicht auf den Berg. Mhm. Unfassbar, unfassbar. Die sind so unten. Was haben die vor? Die sind in Zinze und in der Stadt. Alternativ können sie jetzt so zurückfahren und über die Insel kommen. Okay. Scouts, bitte alle auf den Berg. Heavys, guckt bitte hier auf den Durchgang. Ja, da ist ja noch. Scheiße, stopp, 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 stopp. Einer ist hinter uns. Den müssen wir zuerst zerlegen. Wenn irgendwelche Heavys hier draufschießen können auf den T-37, bitte noch draufschießen kurz. Da ist noch einer. Der ist gekettet. Ja. Hinter mir. Der ist mit dem Mann kaputt, komm. Na los. Na los. Na los. Ah, da ist noch einer. Da sind noch welche. Wir sind eingegangen. Oh, kommt wir hin. Heavys runter vom Berg und macht sie kaputt. Ja, ich bin gleich kaputt. dann halt dich ein Stück zurück, wenn du schon ein One-Shot bist, dann halt dich ein Stück zurück, bitte mach ich ja, Mike, fahr mal vorher aber sie schießen mit Gold das ist drauf geschissen, es gibt kein Gold man kann alles für Credits kaufen da ist das Hinterober, oder? Scheiß für Sieg hier Heavy steht da oben auf dem Berg 6 zu 0 Jungs 6 zu 0, äh 7 zu 0 Jungs Nein, warum? Warum stirbt der? Wack hat ja drauf geschossen und hat auf den Sack Jörg, hast du mir mein YouTube-Video versaut? Ich steh ganz hinten Der hat mich beschossen, ganz hinten Du bist ein Haar in der letzten Reihe Du hast mir mein Video versaut Jetzt kann ich's nicht mehr hochladen Ja So ein dämlicher Lucky Schotter ... ... ...